Ja, so meine lieben Freunde, jetzt gibt es hier wie immer das Video zu unserem letzten Pflichtspiel zu Hause gegen den SSV Ulm. Mal wieder leider eine große Enttäuschung, muss man leider so sagen, ergebnistechnisch, aber auch wie das Spiel verlaufen ist. Wir spielen gegen einen der Abstiegskandidaten, Aufsteiger, den SSV Ulm, die ja ähnlich wie Elversberg in der letzten Saison durchmarschiert sind, aus der Regionalliga. Aber spielen wir zu Hause nur 2 zu 2 und das, obwohl eigentlich so oft im Spiel die Weichen eigentlich für einen Sieg von uns absolut gestellt waren und wir eigentlich viel dafür getan haben, um auf der richtigen Spur zu sein. Geben es aber immer wieder aus der Hand und so viel nehme ich schon mal vorweg. Das ist natürlich mehr als nur enttäuschend, weil das ist einfach deutlich zu wenig. Also klar kann immer mal auch so ein Spiel mit dabei sein. Auch zu Hause kann es mal passieren, dass man unentschieden gegen Ulm spielt. Wir haben ja nicht verloren, aber wenn man sich die gesamte Saison anguckt und wo wir stehen und was unsere Ansprüche sein müssen und auch sollten mit dem Kader und ja auch das, was wir im Endeffekt für den Kader ausgeben müssen im Jahr. So ehrlich muss man ja dann auch mal sein, ist das einfach zu wenig. Platz 11 nach 13 Spielen und das sind ja noch nicht mal alle Spiele gespielt heute Abend. Gibt es noch ein echt interessantes Spiel HSV gegen Schalke plus morgen sind ja dann auch noch mal drei Partien. Aber auch wenn es punktemäßig zur Tabellenspitze nur sechs Punkte sind, da gehen wir später noch mal drauf ein. Ist das einfach zu wenig und viel zu enttäuschend bei aller Liebe. Ja, das mal so als Intro. Wir gehen gleich genauer drauf ein, beziehungsweise ich mit meiner subjektiven Meinung. Wenn euch das auch an diesem wieder nervigen Samstag für alle Hertha-Fans trotzdem gefällt, dass ich hier diese Videos mache, dann kostet euch das nur eine Sekunde. Lasst gerne ein Like, da ein Abo. Wir gehen auf die 13.600 zu. Und ein Kommentar auch gerne, würde mich sehr freuen. Ich werde mir sicherlich nach der Niederlage auch wieder viel durchlesen. Ja, lasst uns loslegen und erstmal über das Spiel an sich sprechen. Also Startaufstellung, eigentlich schon so wie man es erwarten konnte, wieder in unserem gewöhnlichen 4-3-3, beziehungsweise heute war es glaube ich eher ein 4-2-3-1. Tiag Ernst im Tor, Abwehrreihe, so wie man es erwarten konnte. Jonjo, Kenny, Passi, Clemens, Marta und Dardai, Deo Seevolk. Vor der Abwehr dann Michael Cuisance und Kevin Sesser. Auf dem Flügel tatsächlich Winkler den Vorzug bekommen. Vor Torsteinzson und auch vor Cuisance, könnte man ja so sagen. Wobei ja dann das Mittelfeld auch schon ein bisschen dezimiert war. Ibo Maser auf der 10, Derry Sheeran, linker Flügel und Flo Niederlechner auf der 9. Und ich hatte vor dem Spiel, also ich hatte zwar 2-1 getippt, habe ich ja in meinem Video, in meinem Vorbericht gesagt. Aber da ist natürlich immer viel Hertha-Brille dabei. Ich hatte heute den ganzen Tag schon ein schlechtes Gefühl, als ich schon ins Auto gestiegen bin, um zum Spiel zu fahren. Morgens dachte ich mir schon so, oh Gottes Willen, es ist echt kalt. Später kam wenigstens noch die Sonne raus, aber ich dachte mir schon, ey, das wird wieder ein Spiel sein. Ich hatte ein gleiches Gefühl eigentlich wie gegen Braunschweig. Klar, da haben wir gewonnen, aber das Spiel hätten wir auch nicht gewonnen. Sind wir mal ganz ehrlich, wenn der Keeper da nicht die rote Karte sieht. Und genau das gleiche Gefühl hat mich heute schon wieder beschlichen. Erst recht, weil wir ja zu Hause eigentlich generell fast noch gar nicht, oder sind wir mal ehrlich, wir konnten zu Hause noch gar nicht richtig überzeugen. Klar, wir haben zwei Siege geholt gegen Braunschweig und gegen Regensburg, wenngleich beide in Überzahl und auch nicht völlig überzeugend. Von daher hatte ich echt ein schlechtes Gefühl, zumal bis zu dem Spieltag ja Ulm die Mannschaft mit den zweitwenigsten Gegentoren war, neben Fortuna Düsseldorf und das trotz der Tatsache, dass sie eben auf Platz 17 in der Tabelle standen. Und ich dachte schon so, oh, zwei Gegentore, glaube ich, in vier Spielen kassiert. Gerade wir tun uns ja gegen so tiefstehende Gegner, die diszipliniert verteidigen, die Räume eng machen, das Zentrum verdichten, so unfassbar schwer. Mal gucken, ob wir neben dem vielen Ballbesitz vielleicht es auch schaffen, uns wirklich mal Torraumszenen zu erspielen. Aber ich muss sagen, das war auf jeden Fall ein großer Unterschied zum letzten Heimspiel. Gegen den 1. FC Köln hat man ja gefühlt von Anfang an, wenn man Hertha-Fan ist, gesehen, dass das nichts wird. Und ich hatte dieses schlechte Gefühl und dachte vorher noch so, okay, wichtig wird sein, ich hatte mir gestern, das ist jetzt vielleicht eine komische Parallele, aber ich hatte mir gestern das Spiel Bayern gegen Augsburg nebenbei angeguckt, wo Augsburg ja auch so unfassbar tief stand und alle Räume dicht gemacht hat und Bayern ja wirklich eine sehr hohe Passqualität, Intensität hat. Eine gute Technik und dachte ich, genau das brauchen wir auch und vielleicht ein frühes Gegentor, damit Ulm mitspielen muss und ein bisschen Räume uns liefern muss. War mir egal, ein Eigentor, ein Standard, ein Distanzschuss, vielleicht auch mal einfach der erste Schuss drin. Und dementsprechend ging es eigentlich super für uns los, denn wir gehen nach sechs Minuten durch einen tollen Distanzschuss in Führung aus rund 20, 25 Metern von Ibo Maser. Erstmal muss man sagen, der erste Kontakt ist schon traumhaft von Ibo Maser, verschafft sich Platz und zieht dann ab. Sehr, sehr strammer Schuss, schlägt allerdings sehr zentral ein. Also ja, weiß ich jetzt nicht, ich glaube, wenn Tiag Ernst so einen Ball reinkriegt, dann sagt jeder bei uns Torwartfehler. Ist, glaube ich, aber trotzdem schwer zu halten, weil der Schuss einfach so stramm war und sich auch eklig gedreht hat. Er kriegt die Fäuste zwar noch hoch, Tide, kann ihn aber nur unter die Latte, den Ball nur unter die Latte abfälschen, sodass er reingeht. Perfekter Start für uns, 1-0, wir waren auch gut im Spiel, wir hatten super Gegenpressing-Sequenzen, immer schnell den Ball hoch wiedererobert, so wie wir es uns ja eigentlich die ganze Saison schon erhoffen. Und dann gehst du in Führung gegen einen defensiv orientierten Gegner zu Hause und der gibt ja dann automatisch auch Räume. Ich habe nach 15 Minuten auch weiter notiert, wir sind eigentlich super im Spiel. Ibu Oma wieder mit eleganten Szenen, wie er den Ball behandelt, wie er sich aufdreht, wie er die Bälle verarbeitet und weiterleitet. Aber man merkte dann nach den 15 Minuten schon, wir führen 1-0 und das, was sich die ganze Saison schon durchzieht, wir können nach dem 1-0 nicht einfach mal das 2-0 nachlegen und den Gegner richtig einschnüren und mit Torchancen übersehen, sondern wir lassen den Gegner immer mehr ins Spiel kommen. Natürlich ist es auch das Normalste der Welt, du erzeugst sehr, sehr viel Druck, das ist auch kraftzehrend, gerade dieses hohe Gegenpressing, was wir gespielt haben, wobei ich immer sage, hohes Gegenpressing ist manchmal weniger anstrengend, als den Ball bis zum eigenen 16er hinterher zu laufen. Das hat er, glaube ich, am Anfang der Saison auch selber mal gesagt. Aber es ist natürlich intensiv und wenn der Gegner ein Gegentor kriegt, dann verändert er natürlich auch was in seiner Herangehensweise, weil er dann weiß, wenn wir einfach so weitermachen, dann wird es nicht reichen. Trotzdem, ich verstehe es einfach nicht und das ist etwas, was ich wenigstens Fjell noch positiv anmerken kann, dass er, oder was heißt positiv anmerken kann, zumindest freue ich mich, dass er es genauso sieht wie ich, dass das über die gesamte Saison ein Problem ist. Wie viele Spiele hatten wir, wo wir in Führung gegangen sind, zuletzt in Darmstadt oder auch in Gelsenkirchen? Wir haben so viele Spiele gehabt, wo wir eigentlich in einer guten Verfassung auch in dem Spiel waren, in einer guten Ausgangslage sogar in Führung gehen, verdient in Führung gehen und dann aber einfach das Spielfeld dem Gegner, ich will jetzt nicht sagen überlassen, aber den Gegner stärker aufspielen lassen. Das verstehe ich einfach nicht. Wir sind jetzt mittlerweile am 13. Spieltag. Irgendwann muss man das doch mal hinbekommen. Also woran hapert es denn dann? Wir hatten ja, wie gesagt, bis zu 15 Minuten sah es alles noch gut aus, ohne dass wir aber aufs Tor geschossen haben. Also ich weiß gar nicht, ich glaube nach dem Tor, korrigiert mich da gerne, war der nächste Torschuss gefühlt 20, 30 Minuten später von uns, von Flo Niederlechner, direkt auf den Keeper Tide. Aber ansonsten kam von uns nichts mehr aufs Tor. Und Ulm wurde stärker, hat sich auch eine Ecke nach der anderen erspielt. Ich glaube, zwischenzeitlich war das Eckenverhältnis auch 3 zu 0, ohne dass sie wirklich stark waren im Spiel. Aber man hat schon wieder gesehen, wir lassen schon wieder nach und wir gehen nicht intensiv aufs zweite Tor, um mal im Strafraum zu Torszenen zu kommen, obwohl Ulm ja dann mehr angeboten hat. Dann gab es eben, wie gesagt, diese vielen Ecken. Tiag Ernst, der in letzter Zeit ein bisschen unsicher wirkte, bei der einen Ecke kommt er dann raus, was wir uns ja alle wünschen, springt allerdings unterm Ball durch, war schon ganz schön gefährlich, sah da wirklich nicht so gut aus. Aber trotzdem sage ich, das habe ich ja auch letzte Woche gesagt, wenn wir auf junge Spieler setzen wollen, insbesondere dann eben auch im Tor. Ich will lieber, weil wir uns ja immer beschweren, dass Tiag Ernst 2, 3, 4 Mal jetzt immer rauskommt und versucht, an den Ball zu kommen, auch wenn da vielleicht die Faust das bessere Mittel gewesen wäre. Und der kommt dann nicht ran, das soll ihn nicht dazu ermuntern, oder was ist das Gegenteil von ermuntern, das soll ihn dann nicht blockieren, beim nächsten Mal wieder rauszugehen, sondern geh raus, selbst wenn es dann ein paar Mal nicht klappt und bleibt nicht so auf der Linie kleben. Das gehört ja dann zum Entwicklungsprozess dazu und daran merkst du ja dann auch, was heißt, die Kritik sich zu Herzen nimmt, aber dass er sich dahingehend verbessern will, auch wenn das natürlich nicht gerade sicher wirkte. Dann 30. Minute habe ich mir notiert, den nächsten Torschuss. Ich weiß nicht, ob ich da zwischendurch mal einen verpasst habe, aber 30. Minute dann der Abschluss, wie gesagt, von Niederlechner, relativ zentral. Und dann 31. Minute leider Verletzungsunterbrechung. Martin Winkler kam ja erst aus einer Verletzung, musste in der 31. Minute ausgewechselt werden. Fand ich dann auch ein bisschen überraschend, dass tatsächlich nicht Thorstein-Zon kam, unser teuerster Neuzugang im Sommer, der bisher, muss man ja auch so ehrlich sagen, überhaupt keine Akzente setzen konnte, sondern dass dann Paul Codada eingewechselt wurde. Hatte mich trotzdem, ehrlich gesagt, ein bisschen verwundert. Schade, dass Winkler raus musste, weil ich fand, er war gar nicht so schlecht im Spiel. Auf jeden Fall deutlich besser als Derry Schernd, der für meine Begriffe einen rahmenschwarzen Tag hatte. Und ja, dann kam Ulm mehr und mehr zu Torchancen. Wir haben es einfach zugelassen. 35. Minute haben wir es eigentlich gut, so wie wir es ja machen wollen, aus dem Druck rausgespielt. Wir wurden mal ein bisschen höher angelaufen, haben es gut rausgespielt aus dem Druck. Dann aber ein Pass, nicht ordentlich und dann auch zu wenig Druck auf den gegnerischen Ball, sodass die Ulmer, ich weiß gar nicht, wer es war, Keller, glaube ich, aus 16 Metern zum Abschluss kommen, relativ frei aufs Tor zu rennen können, nach einem Fehler von uns. Darauf haben die Ulmer halt auch gelauert, dann eben schnell zum Abschluss zu kommen, wenn wir dann eben mal einen Fehlpass in unseren Passstaffetten haben. Und Tiag Ernst ist aber in einer kurzen Ecke da und entschärft den Ball zur Ecke. 37. Minute, eigentlich ein sehr, sehr schöner Umschaltmoment über Niederlechner, der für mich einer der stärksten Spieler heute war. Lässt sich mal wieder sehr, sehr gut fallen, was er sehr, sehr häufig gemacht hat. Spielt den Ball in die Tiefe. Polko geht dann tief aus spitzen Winkel, versucht er mit seinem schwachen rechten Fuß abzuschließen, ist aber leider völlig ungefährlich. Es waren sogar zwei weitere Spieler mitgelaufen. Ich weiß nicht, ob er die vielleicht, wenn er einen Schlenker setzt, nochmal in Szene setzen kann, sodass die fast nur noch einschieben müssen. Für meine Begriffe dann ein bisschen wenig rausgeholt aus einer sehr aussichtsreichen Position, zumal Niederlechner den Pass eigentlich perfekt getimt hatte. Und es sollte nicht die letzte von diesen Aktionen sein, wo eigentlich wirklich deutlich mehr drin war, wenn uns dann Ulm mal die Tiefe oder die Räume einfach angeboten hat. Und dann kam die 38. Minute. Ich glaube, erst war es eine Ecke. Die wird erstmal geklärt. Polko Dardai geht für mich zu halbherzig hin bei der Flanke. Der kann relativ frei, kommt der zur Flanke. Marton Dardai, gab es ja jetzt auch schon ein paar Mal, springt unterm Ball hindurch. Ball wird erst noch abgefälscht. Und dann ist wirklich wieder absolutes Chaos. Überhaupt keine Zuordnung. Jeder will natürlich nur was Gutes machen, aber wir bleiben überhaupt nicht mehr in unserer Ordnung. Ball wird abgefälscht von Sessa. Ist natürlich auch ein Zufallsprodukt. Der Stürmer will schießen von Ulm. Ball wird abgefälscht und landet genau vor den Füßen, vor Tapalovic, der spekuliert, genau richtig steht. Und den Ball dann einschiebt alleine vor Ernst. 1-1. Und da war es dann mal wieder geschehen. Bei dem Gegentor, ja, Marton, also für mich mehrere, das ist eine lange Fehlerkette. Polko Dardai nicht intensiv genug den Flankengeber bedrängt. Marton Dardai springt unterm Ball runter. Und danach dann, ja, überhaupt keine Zuordnung. Seevolk meint es gut. Sessa blockt den Ball. Seevolk geht aber auch dahin, um den Ball zu blocken. Und so lässt er halt Tapalovic völlig aus dem Augen. Die muss er dann natürlich verteidigen. Vorher war es sein Gegenspieler. Er hat den Ball rausgeköpft, auch nicht weit genug rausgeköpft. Und so ist es natürlich Pech, dass der Ball genau dahin kommt. Aber Sessa ist ja schon an dem Schuss abgebenden. Da braucht Seevolk dann nicht rausstürmen, sondern muss natürlich bei seinem Mann bleiben. Also eine lange Fehlerkette, die dann am Ende mal wieder zum 1-1 geführt hat. Das aber auch nicht unverdient war zu dem Zeitpunkt, muss man auch sagen, auch wenn wir so stark angefangen haben. 39 Minuten hatten wir wieder mal eine von vielen Umschaltsituationen. Leider der Schuss von Ibo zur Ecke geblockt. Das hat sich über das ganze Spiel gezogen. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben kann. Aus meiner Sicht ist es häufig so. Fjell hat es ja auch in der Pressekonferenz beschrieben. Wie wollen wir es machen? Gerade nach Umschaltmomenten, wenn wir mal Platz haben, dass wir in die Halbräume spielen, dass wir über die Flügel spielen. Unsere Flügelspieler waren heute leider wirklich allesamt nicht durchsetzungsstark. Da war eigentlich Martin Winkler noch der, der am ehesten Mal ein 1 gegen 1 gewonnen hat. Paul Kodadai war leider weitestgehend wie immer komplett unsichtbar. Hat uns überhaupt keine 1 gegen 1-Duelle gegeben, die er mal aufgelöst hat. Der Richard genauso schwach leider. Und dann ist es mir aber auch, ich weiß nicht, woran das liegt. Ich meine, wir haben jetzt 13 Spieltage und eine komplette Vorbereitung. Es wirkt immer noch auf mich so, als ob wir ein bestimmtes Muster einstudiert haben. Dann aber manchmal auf dem Platz zu sehr an dem Muster festhalten, anstatt die Situation zu erkennen, die uns gerade geboten wird. Also dann wird dann manchmal auf dem Flügel gespielt, wo sich derjenige dann leider nicht durchsetzt, obwohl die Tiefe oder das Zentrum eigentlich gerade Platz birgt. Also wie kann man es kurz umschreiben? Vor oft ist es mir dann einfach viel zu verschnörkelt. Und es wirkt dann auch, wenn du dir das ganze Feld anguckst, so als ob, ja, wir haben ja im Training immer so gelernt oder unsere Spielweise ist ja, wir gehen dann über den Flügel oder die Halbräume und deswegen machen wir das jetzt wieder auch so. Aber wenn mir der Gegner das Zentrum anbietet, dann geh doch einfach mal durch und such beispielsweise wie Ivo Maser aus der Distanz den Abschluss oder spiel es mal ein bisschen schnörkelloser in die offenen Räume, die ja durchaus da waren. Das muss man wirklich sagen. Wir hatten so viele Umschaltsituationen, die wir zu so wenig klaren Torchancen umgemünzt haben, was auch immer wieder am letzten Pass teilweise lag oder an der ersten Ballmitnahme, dem ersten Kontakt. oder auch, was mich ja schon die ganze Saison stört, immer mal wieder an der Strafraumbesetzung. Dann guckt euch das bei Bayern gestern an, wenn die gegen tiefstehenden Gegner spielen oder auch wenn sie dann mal einen Ballgewinn haben. Es geht nicht darum, dass wir die gleiche Qualität haben sollen, aber du brauchst diese Strafraumbesetzung, dass dann eben die Achter mit ins Strafraum gehen. Gerade wenn Niederlechner sich immer mal wieder fallen lässt, um eine Anspielstation zu bilden, damit dann eben Schernd, was sie ja auch oft gemacht haben, Schernd, Polke und so weiter in die Tiefe gehen können. Aber es war mir zu oft die Situation, einer kommt relativ frei zur Flanke, unabhängig davon, dass die Flanken dann auch nicht ankommen, sind dann im Zentrum zwei Spieler, maximal drei von uns, meistens in Unterzahl gegen die gegnerischen Verteidiger. Und das ist nicht nur so gegen Ulm. Also das ist mir schon des Öfteren aufgefallen, was auch ein bisschen, finde ich, dann an der Intensität der Läufe liegt, dass du da wirklich nicht mit aller Konsequenz nach einer Balleroberung in den Strafraum gehst oder mitgehst, dieses Tempo mitgehst, um eben Anspielstationen zu bilden. Das hat jetzt nichts nur mit dem Ausgleich zu tun oder mit der ersten Halbzeit, das war leider öfter der Fall. Das, was übrigens Christian Fiel schon vor dem Spiel moniert hatte, dass wir teilweise durch eine Körpertäuschung im Pressing oder in der ersten Linie beim Anlaufen überspielt werden. Das hat man heute auch das eine oder andere Mal gesehen. Da reicht eine Körpertäuschung des Innenverteidigers und schon ist die erste Pressinglinie von uns überspielt. 41. Minute, Tja, kommt etwas übermotiviert raus, aber wie gesagt, ich will lieber, dass er jetzt ein paar Mal übermotiviert rauskommt, als dass er aus Angst immer nur an der Linie klebt. Klar muss ich das irgendwann dann mal einpendeln, das war ja dann auch mal ein Problem bei Christensen, der ja sowieso immer wie ein Verrückter rausgekommen ist. Irgendwann muss ich das einpendeln, aber Seevoll klärte dann sehr, sehr wichtig und hat dann sogar noch einen Freistoß für uns gezogen, sonst hätte es echt gefährlich werden können. Ja, dann geht es mit dem 1 zu 1 zur Pause, wie gesagt, nicht unverdient. Und dann geht es in die zweite Halbzeit, wir kommen eigentlich wieder super rein. 47. Minute, super Ballgewinn von Marton Dardai, hat mir heute sowieso richtig gut gefallen, kommen wir später bei den Noten noch dazu. Schöner Ball in die Tiefe auf Cuisance, der legt den Ball auf Niederlechner ab, der mit der Hacke weitergeleitet zu Marton Dardai, der durchgesprintet ist und der schließt ja so von der Strafraumkante ab, leider knapp neben das Tor, aber sehr, sehr durchsetzungsstark von Marton. Selber eingeleitet, selber abgeschlossen, aber auch generell eine schöne Kombination. Und da sieht man dann auch mal, was möglich ist, wenn man eben im Offensivspiel dann mal ein bisschen dynamisch in seinen Positionen wird. Also das muss ja jetzt nicht jedes Mal ein Innenverteidiger sein, der nach der Balleroberung dann mit in die Offensive geht, sondern es geht ja auch um Flügelspieler, die sich dann mal im Zentrum anbieten, dafür rückt einer nach außen und so weiter. Das hat halt teilweise gefehlt oder aber es wurde nicht genutzt, selbst wenn da jemand frei stand, durch eben, wie schon gesagt, schlechte erste Kontakte oder schlechtes Passspiel oder schlechte Übersicht oder zu starre, zu starr am eigenen System festhalten. So interpretiere ich das jetzt mal. 53. Minute, gute Balleroberung von John Joe Kenny, super Spielzug auch, muss man sagen, eigentlich eine der besten Aktionen von Polko Dardai, irgendwie auch, kann man da sagen, sinnbildlich, eine der besten Aktionen von Polko Dardai war, wie super er den Ball da einfach durchlässt für Ibo Maza. Also, dass er sich unsichtbar macht, war eine der besten Aktionen von ihm. Ibo Maza schließt dann ab, eigentlich relativ unpräzise, muss eigentlich schon gefährlicher kommen, Tide kann ihn noch abwehren, dann steht Schernd, Gold richtig staubt ab zum 2 zu 1, war echt ein super Spielzug, super Balleroberung, so kann es laufen, du gehst wieder in Führung, kamst wieder gut aus, oder kamst wieder gut in eine Halbzeit rein, aber es reicht wieder nicht. Die Ulmer kommen wieder näher ran, es gab, glaube ich, eine Ecke, wo Niederlechner, ich weiß gar nicht, gegen wen es war, derjenige köpft auf jeden Fall ans Gebälk bei uns, nach einer Standardsituation, brennt es ja sowieso, wobei man auch sagen muss, das hatten wir ja vorher schon besprochen, dass die Ulmer, gerade die Innenverteidiger, alle über 1,90 Euro messen, und dass uns ja sowieso ein bisschen Lufthoheit fehlt, erst recht, wenn Toni Leister nicht da ist, ist ja, glaube ich, auch klar, aber wir haben dann schon wieder zu viel zugelassen, und dann kommt die 59. Minute, und ich wusste, dass da raus ein Tor ansteht, es war so klar, wir spielen es nicht kontrolliert genug, wir spielen zwar in den Druck rein, aber sehr, sehr unpräzise, verlieren dann den Ball, Ulm antizipiert gut, und Krattenmacher, ja, also im Stadion, ich habe es mir jetzt nochmal in der Wiederholung angeguckt, im Stadion sah es aus, als ob er gefühlt 40 Meter gelaufen ist, ohne dass er mal angegriffen wurde, relativ große Parallele zu dem, ich weiß gar nicht, was war es, 3-1 in Darmstadt, von Darmstadt, das darf dir niemals passieren, auch nicht in der Vorwärtsbewegung, das ganze Zentrum ist offen, Martin Dardai kann auch nicht richtig rauf gehen, weil er natürlich auch die Linie absichern muss, als Innenverteidiger, komplett frei, Krattenmacher läuft und läuft und läuft, es kommt keine Akkuisons, rennt ihn noch hinterher, und dann schließt Krattenmacher ab, auch noch durch die Beine von Martin Dardai, ich finde, im Stadion sah es zumindest so aus, dass Tiag Ernst den halten kann, vielleicht sogar muss, als Zweitliga-Torwart, da waren wir dann wieder so, es ist nicht ein klarer Torwartfehler, aber so wie letzte Saison öfter mal, also da wartet man schon von einem guten Keeper, dass er den dann mal rausfischt, aber wenn man sich die Wiederholung anguckt, aus der Torwartperspektive, ist der glaube ich doch dann relativ schwer zu halten, auch wenn der gar nicht so platziert einschlägt, aber einfach, weil er dann durch die Beine geht, und wie gesagt, der Fehler entsteht vorher, ihr könnt euch das mal angucken, es gibt so ein paar Slowmos, ich will mich jetzt nicht auf Polko Dardai einschießen, ich habe gar nichts gegen ihn, ich mag ihn ja eigentlich als Berliner Jung, aber also wie der da nicht in die Situation kommt, ist finde ich sinnbildlich, wie wir teilweise verteidigen, Kuisance kommt dann auch zu spät, irgendwann ist es dann auch zu spät, aber achtet mal da drauf, du siehst ja schon vorher, dass der Ball wahrscheinlich nicht verarbeitet werden kann, die Ulmer spekulieren darauf, dass sie gleich den Ball gewinnen, und Martin Dardai trabt trotzdem noch nach vorne, dann später sieht er, dass wir den Ball verlieren, dann dreht er sich ganz langsam, und macht auch gar keine Mätzchen, da mal irgendwie die Lücke im Zentrum zu schließen, Kuisance rennt dann auch hinterher, ich glaube auch ein Polko Dardai wäre am Ende nicht rangekommen, aber guckt euch mal da die Slow-Mos an bei Sky, finde ich hat man es ganz gut gesehen, das ist nicht nur er, aber das ist immer wieder sinnbildlich, dass wir nicht konsequent genug verteidigen, und das Zentrum darfst du einfach nicht so offen lassen, über Tiag Ernst kann man da auf jeden Fall auch diskutieren, muss man ganz ehrlich sagen, also unhaltbar ist der auf jeden Fall nicht. 61. Minute dann gegen Seevolk runter, Linus Gechter kam, so dass wir dann drei Innenverteidiger auf dem Platz hatten, Gechter, Passi Clemens und Marton Dardai, der dann deutlich weiter eben links gespielt hat, immer wieder auch deutlich höher positioniert war, übrigens Boris Luhm war gar nicht im Kader, sondern Bilar Hüssing, ich weiß gar nicht, hat Boris Luhm gestern beim BFC Dynamo gespielt, warum war der jetzt nicht im Kader, vielleicht wisst ihr das, ja. 65. Minute dann ein super Ball, wieder mal von Marton Dardai, also der hat, finde ich, wirklich ein tolles Spiel gemacht, der war gefühlt zwei Ketten überbrückend, flach aus der eigenen Abwehrlinie, bis, ja, fast an den gegnerischen 16er, Niederlechner lässt den super durch, also Cuisance erst auf Niederlechner, der lässt den super durch, und dann eigentlich eine Riesenchance für Polko, der wieder zu lange zögert, und leider nur eine Ecke rausholt, das war eine von den vielen Chancen, wo wir mehr draus machen können, und was eigentlich so super gespielt ist, bis dann auf eben die letzte Aktion. 67. Minute, wieder eine hundertprozentige Chance für uns, auch wieder super gespielt über die rechte Seite, das war eine sehr gute Aktion von Polko Dardai, ich sage jetzt, der war unsichtbar, aber irgendwie trotzdem an so vielen Aktionen beteiligt, mit unsichtbar meine ich, dass er sich für meine Begriffe viel zu wenig angeboten hat, trotzdem war er an einigen Aktionen maßgeblich beteiligt, wie an der hier, wo er mit der Hacke super weiterlegt auf Cuisance, der eigentlich aus rund elf Metern will es zu genau machen, eigentlich so genau muss er es gar nicht machen, da muss er fast schon das Tor machen, ganz, ganz hauchzart am langen linken Pfosten vorbei, Riesenchance für uns. 73. Minute, wieder, also die Spieleröffnung von uns haben mir heute sehr, sehr gut gefallen, also von allen eigentlich, von Marton insbesondere, von Passi teilweise auch und auch von Linus Gechter, der auch teilweise gut angedribbelt hat, also der wirkte auch schon wieder direkt komplett fit, hat eigentlich auch in der kurzen Zeit, gerade nach dieser schwereren, längeren Verletzung, ein gutes Spiel gemacht, Wahnsinnsball von Linus Gechter in die Tiefe auf Niederlechner, der aber leider da am Abseits stand, da müsste er eigentlich so erfahren sein, eben auf der Linie mit dem letzten Verteidiger zu sein, aber das war, der Ball war auch nicht drin, er hat ihn dann am langen Pfosten vorbeigeschlagen, deswegen war es dann egal, aber das war eigentlich auch schon wieder eine Riesenchance. Ja, dann kam eine 78. Minute, das kann man Hertha wirklich nicht vorwerfen, ich finde, wir haben schon alles reingeworfen, das ist vielleicht so ein bisschen, finde ich zumindest, der Unterschied zum letzten Jahr, dass wir dann schon zwingend werden oder alles versuchen und dass man da gar nicht so böse sein kann, dass wir irgendwie verwalten oder so, aber es kommt halt zu wenig bei rum und auch von der Bank kommt ja nicht irgendwie Angsthasenwechsel, sondern schon alles volle offensive Torseinsson und Schula kamen dann für Sessa und Scherndt, also deutlich offensiver. 79. Minute dann nochmal ein Abschluss von Ibo Maser, wieder aus der Distanz, leider wieder direkt auf Tide und es gab aber auch immer wieder die Torchancen für die Ulmer, das muss man auch ganz ehrlich sagen, weil wir dann auch voll ins Risiko gegangen sind, gab es immer mal wieder die Tiefe, auf die die Ulmer spekuliert haben. 80. Minute, da muss man ihn dann auch mal loben, das ist ja sowieso eine Disziplin, wo er deutlich besser geworden ist, gerade weil er heute auch nicht alles wieder richtig gemacht hat und sowieso ja gerade sehr viel Kritik ausgesetzt ist, super 1 gegen 1 Duell von Tiago Ernst, ich weiß gar nicht gegen wen es von Ulm war, da hätte es eigentlich schon wieder 3-2 stehen können für Ulm, das wäre immer wieder so ein typischer Spielverlauf, hat er super gemacht, super gehalten. 81. Minute, Superball von Niederlechner in den Strafraum auf Cuisance, ich weiß nicht, was er da machen wollte, konnte den Ball aber gar nicht verarbeiten, hätte er eigentlich nur zurückklatschen lassen müssen, war auch wieder eine gute Aktion und ja, hier habe ich es mir notiert, unfassbar viele Umschaltsituationen, die spiegeln sich natürlich auch nicht in den Torchancen oder in den Expected Goals wieder, aber super viele Umschaltsituationen, die wir eben nicht gut ausspielen, was eben teilweise auch an unseren schwachen Flügeln lag. 86. Minute dann, ja, man hatte die Hoffnung, wir haben so viel Druck oder wir wollten es so sehr und wieder eigentlich ein toller Spielzug, der sah echt schön aus, Thorstein Zorn, super Vorlage, mal über außen, ins Zentrum, so halb zurückgelegt, in den Rückraum auf Cuisance und der macht das 3-2 und wir haben uns alle so gefreut und auf einmal kommt der VAR und erkennt das Tor ab. Ich glaube, das kann man schon so geben, die Frage ist halt trotzdem mal wieder nach dem Maß, ist das jetzt wirklich so ein klares Foulspiel, dass es eine klare Fehlentscheidung ist, jetzt werden alle Schiedsrichterfreunde natürlich sagen, ja klar, oder vielleicht auch alle, die keine Hertha-Brille aufhaben, klar, er schubst ihn weg, verschafft sich so den Vorteil. Ich glaube halt, dass dieses Foul oder dass dieser Kontakt, erstmal wirft sich der Ulmer auch ganz schön hin und das Zweite ist es, dass wahrscheinlich im Mittelfeld niemals gefiffen wird und dann ist es für mich eigentlich auch keine klare Fehlentscheidung. Ich finde sowieso, man sollte nicht immer mit zweierlei Maß messen, weißt du, bei Standardsituationen schubsen sich die Spieler andauernd und es wird nicht gefiffen oder es reicht nicht aus. Denk mal an das Spiel, falls ihr es gesehen habt, Barcelona gegen Bayern, wo Kim, ich weiß gar nicht mehr von wem es war, Rafinha, glaube ich, oder wer es auch immer war, einen leichten Schubser kriegt, wo er gerade in der Luft sogar ist und da außer Kontrolle kommt, reicht auch nicht aus. Hier reicht der Schubser wieder aus, sah auch ein bisschen spektakulärer aus als bei Kim, aber ich finde, da hat der Ulmer auch relativ viel draus gemacht. Ist, glaube ich, eine richtige Entscheidung, aber ja, ich denke, wir werden auch wieder Situationen sehen, wo etwas sehr, sehr Ähnliches passiert, wo dann der Kommentator nicht sagen wird, ist die richtige Entscheidung, sondern der Kommentator wird dann sagen, sehe ich genauso, reicht nicht aus, als dass man es als klare Fehlentscheidung deklarieren könnte. Also von daher, ja, einfach nur bitter, dass das Tor dann nicht zählte. Niederlechner regte sich dann so auf, dass es dafür dann noch eine gelbe Karte gab. Darauf angesprochen hat er ja viel auch gesagt, dadurch, dass er sich den, dass er der Torschütze war, sonst hätte man es vielleicht nicht abgefiffen, aber dadurch, dass er sich als Torschütze den Vorteil verschafft hat, war es dann faul. Also es ist, keine Ahnung, ist für mich irgendwie nicht logisch. Kann sein, dass es wieder so eine Regel ist. Wenn das jetzt ein anderer Spieler gewesen wäre, der das Tor nicht erzielt hätte, dann wäre es kein Foul. Also entweder ist es ein Foul oder es ist kein Foul. Also es ist für mich einfach, deswegen gibt es ja für mich da keine klare Linie, weil es immer irgendwo irgendwelche Ausnahmeregeln gibt. Aber wir haben das, wir brauchen das jetzt nicht auf den Schiedsrichter schieben. Das kommt dann vielleicht noch hinzu, so wie im Spiel gegen Darmstadt. Es ist von uns einfach zu wenig, aber das kommt dann halt noch hinzu, weil sonst kannst du so ein Spiel vielleicht noch glücklich gewinnen. Es gab dann auch noch einiges an Chancen in der Nachspielzeit. Einmal eine gute Flanke, wo Polko Dardai dann nicht an den Ball rankommt. Ja, und dann gab es relativ lange Nachspielzeit, weil ja auch in der Nachspielzeit noch Dinge passiert sind. Und dann gibt es, das verstehe ich auch nicht so ganz, dann wird ein Konter von uns unterbunden, den der Schiri nicht abpfeift. Es gibt eine gelbe Karte für den Ulmer wegen taktischem Foul. Dann wollen wir den Freistoß schnell ausführen. wird unterbunden vom Schiedsrichter, der abpfeift und dann pfeift er danach ab. Naja. Dann war es so, 2-2, muss man am Ende sagen, auch nicht unverdient, auch wenn wir vielleicht mehr vom Spiel hatten oder mehr auf den Sieg gedrückt haben und wir auch wussten, dass die Ulmer zufrieden sein werden mit dem Unentschieden, was sie hier bei uns holen. Ich glaube, das ist das vierte Unentschieden jetzt in Folge. Es ist aber auch nicht ungerechtfertigt, wenn man sich am Ende tatsächlich mal die Abschlüsse anguckt. 1,42 zu 1,48 Expected Goals. Wie gesagt, da sind natürlich die Umschaltsituationen nicht mit drin, die wir auch hatten und nicht gut ausgespielt haben, aber sind wir ja selber schuld dran. Abschlüsse 14 zu 13, auch das relativ ausgeglichen. 6 zu 5 aus Tor, auch das relativ ausgeglichen. Ja, wir hatten mehr Ballbesitz, wir haben mehr auf den Sieg gedrängt, aber es ist dann einfach zu wenig, finde ich, wenn man gegen Ulm spielt, auch wenn sie gut verteidigen. Entweder es müssen zwei Tore reichen, das ist jetzt einfach gesagt, Stammtisch gelabert, zwei Tore müssen reichen, um gegen Ulm zu gewinnen, wenn sie so wenig Gegentore bekommen, gerade zu Hause, wenn du zweimal führst, oder aber du musst dir mehr als sechs Schüsse aufs Tor gegen einen Abstiegskandidaten erarbeiten, weil das ist dann einfach zu wenig. 57 Prozent Ballbesitz, wie gesagt, ist ja unsere Spielweise, bringt uns dann aber auch nicht wirklich viel. Man sieht es ja auch an der Passquote, wie das Spiel ungefähr gelaufen ist. Wir hatten 474 Pässe, die Ulmer 307, Passquote 84 zu 71, da sieht man eben, wir hatten viel Ballbesitz, viel den Ball eben auch hin und her geschoben und die Ulmer relativ geradlinig, vertikal nach vorne gespielt, Laufdistanz relativ ausgeglichen, 119,5 zu 119,6. Wir hatten mehr Sprints, die Ulmer mehr gewonnene Zweikämpfe, Ulmer sowieso die Mannschaft mit den meisten gewonnenen Zweikämpfen nominell in der zweiten Liga. Meisterabschlüsse bei uns, Ibo Masa, ja, Laufdistanz wie so häufig, Michael Cuisance mal wieder der, der da den Ton angegeben hat, auch generell auf dem Feld, 12,4 Kilometer, schnellster Spieler, auch nicht sonderlich verwunderlich, Martin Winkler bei uns, gewonnene Zweikämpfe, Martin Dardai, 11. Ja, was soll ich euch sagen, ist leider dann auch, hat Fiello ja selber gesagt, ist dann leider auch mehr als ein 2-2 nicht wirklich verdient, auch wenn es vielleicht ärgerlich ist mit dem Tor, aber es ist einfach zu wenig. Es ist, Leute, es ist zu wenig, jetzt kann man sagen, ja, wir haben so viele Verletzte und immer wieder eine andere Abwehr und was gibt es noch für Ausreden, Ulm ist ja auch ein schwerer Gegner und kann immer mal passieren und so weiter. Es ist zu wenig für unsere Ansprüche, wenn wir nicht komplett die nächsten sechs Jahre Mittelmaß versinken wollen. Es ist zu wenig, wenn wir daran denken, was wir für einen Kader haben und wir werden es ja nächstes Jahr sehen, was wir auch für einen Personalaufwand haben. Da sind wir nämlich, wir sind sicherlich, was den Personalaufwand angeht, nicht in der zweiten Hälfte der Tabelle, dort befinden wir uns allerdings. Es ist zu wenig und wir wissen alle, dass Spieler wie Cuisance, Maser, Clemens, was weiß ich, wer noch alles, unfassbar schwer zu halten sind, wenn wir nicht aufsteigen und dadurch, dass die zweite Liga so viele Mannschaften so unkonstant punkten und dass sie so eng ist und alles auf so einem hohen Niveau gleichzeitig ist, deswegen, ich will es ja Ulm auch gar nicht absprechen oder hier irgendwie arrogant wirken, wir sind im Moment einfach nicht besser, aber dann bist du halt auch nur Mittelmaß in der zweiten Liga erst recht, wenn du so eine Heimbilanz hast, wie wir sie an den Tag legen und es ist ja jetzt auch nicht so, dass wir hier nur Granatengegner zu Hause hatten. Das ist einfach zu wenig und ich glaube, da hat sich leider auch nicht so viel weiterentwickelt, weil wenn wir heute wieder gegen Elversberg gespielt hätten, hätten wir das Spiel wahrscheinlich wieder verloren. Also die bringen dann noch mal mehr Qualität in den Umschaltsituationen mit, sind dann vielleicht noch kaltschnäuziger. Ja, einfach nur bitter. Ich labere hier schon wieder 32 Minuten mit dem Frust von der Seele. Ich weiß gar nicht, wer jetzt hier noch dran ist, aber ich werde mal noch meine, aus meiner Sicht, meine, ist ja völlig subjektiv, meine Spielernoten abgeben. Fangen wir an im Tor bei Tiag Ernst, der leider keine gute Phase derzeit hat, auch wenn er zumindest mal eine sehr, sehr gute Aktion und eine gute Aktion dabei hatte, ist er unterm Ball durchgesegelt. Beim zweiten Tor sieht er nicht unschuldig aus, den kann man schon halten, auch wenn er schwer zu sehen ist. kriegt von mir deshalb heute eine bessere Note als letztes Mal, aber auch keine glatte 3, sondern eine 4,5. John Joe Kenny am zweiten Tor beteiligt, Flanken wieder teilweise unterirdisch, auch wenn er völlig ohne Bedrängnis zur Flanke kommt, aus dem Halbfeld. Auch wenn da wenig Anspielstationen sind, dann bringen sie doch wenigstens auf den Mann, der im Zentrum steht oder zumindest in die Richtung des Mannes. Ja, fand ich jetzt nicht überragend, gerade weil wir über die Flügel sowieso sehr wenig erzeugt haben, wäre es umso wichtiger gewesen, dass die beiden Außenverteidiger sich noch mehr mit offensiv einbinden. Kriegt von mir heute leider nur eine 4. Passi Clemens, wieder gute Passquote, Risikobereitschaft wieder da bei der Spieleröffnung, mir gefällt eigentlich dieses Abwehr-Dude zusammen relativ gut. Ich finde nicht, dass man jetzt, ja beim ersten Gegentor kann man sagen, hat die Zuordnung wieder überhaupt nicht gestimmt, da sah Martin Dardai auch nicht gut aus, aber ich finde jetzt nicht, dass man hier bei den Gegentoren wieder sagen muss, die Abwehr ist zu schlecht oder so, finde ich jetzt nicht zwangsläufig, gerade beim zweiten Gegentor lag es ja jetzt nicht an der Vierer-Abwehrkette. Passi Clemens fand ich trotzdem in Darmstadt deutlich stärker, musste sich auch erstmal wieder umstellen, war ja jetzt auch auf Länderspielreise, durfte ja auch bei der A-Nationalmannschaft mittrainieren, fand ich, war kein schlechtes Spiel, ich fand ihn besser als Kenny, fand ich aber auch nicht mega gut, kriegt von mir eine 3,5. Martin Dardai für mich heute, das sage ich schon mal im Voraus, vielleicht habt ihr es anders gesehen, mit Niederlechner, der beste Spieler auf dem Feld, also habe ich bei Martin Dardai lange nicht mehr gesagt, ich fand Martin Dardai wirklich richtig, richtig, richtig gut heute, ja, trotz, also er hat sich offensiv mit eingeschaltet, wir haben es ja hier vorhin gesehen, hat die meisten Zweikämpfe gewonnen, hat immer wieder unfassbar gute Spieleröffnungen mit reingebracht, hat sich überall eingeschalten, Räume zugemacht, auch das ist natürlich Abzug in der B-Note, wie er da beim Gegentor unterm Ball wieder durchspringt, aber im Endeffekt versucht er da auch ranzukommen, also ich fand das Spiel heute von Martin echt richtig, richtig gut und da gehe ich jetzt, ich weiß gar nicht, was seine Passstatistik ist, aber die Pässe, die er lang gespielt hat, die waren wirklich herausragend und plus noch selber an Torsituationen beteiligt und heute auch endlich mal Zweikampf, richtig zweikampfstark, was mir auch öfter mal gefehlt hat, ja, Martin würde ich trotz der Niederlage, trotz zwei Gegentoren heute eine glatte Zwei geben, also vielleicht habt ihr es anders gesehen, aber ich fand, er war heute mit Niederlechner der beste Spieler auf dem Feld, weiß ich jetzt nicht, ich achte ja mal eher auf unsere Spieler, aber zumindest bei uns in der Mannschaft, Deo Seevolk hatte wieder zwei, drei wichtige Aktionen dabei, beim ersten Gegentor sieht er halt leider auch nicht gut aus, generell, ja, ein, zwei gute Spieleröffnungen waren sogar auch mit dabei, aber heute wirkte, ja, weiß ich nicht, habe ich schon deutlich intensivere Spiele von ihm gesehen und deutlich aktivere, was heißt aktivere, aber auffälligere Spiele von ihm, wo er noch viel mehr im Fokus stand, wenngleich es natürlich gut ist, wenn er nicht so viel im Fokus stehen muss, aber fand ich, war jetzt nicht das beste Spiel, ich würde ihm eine vier heute geben. Kevin Sesser, ja, defensiv immer mal wieder überfordert, auf der alleinigen Sechs, wie gesagt, Cuisance eigentlich nominell ja neben ihm, aber ja auch so ein bisschen Freigeist überall auf dem Feld zu finden. Kevin Sesser ist mit der Defensivarbeit teilweise dann überfordert, deswegen hätte ich ja gerne mal Lumpen neben ihm gesehen, war ja mein Vorschlag, dass sie sich gegenseitig unterstützen können, trotzdem finde ich, ist die Formkurve langsam, aber ein bisschen aufsteigend, war aber jetzt auch kein gutes Spiel von ihm, würde ich eine vier geben. Michael Cuisance macht nicht alles richtig, hatte viele Fehlpässe dabei, aber er ist halt immer der Spieler, der den Ball haben will, reißt unfassbar viel ab, bietet sich überall an, hat eigentlich auch wieder ein Tor erzielt, hatte Torchancen mit dabei, hat viele aussichtsreiche Situationen mit eingeleitet, also der ist einfach unser Aktivposten, aber er kann es halt auch nicht alles komplett alleine machen und hat natürlich auch, weil er so viele Ballkontakte hat und so viel versucht und auch so viel Risiko geht immer mal wieder schwierigere Fehlpässe mit dabei, aber gerade in der zweiten Halbzeit mal wieder so ein auffälliges Spiel von ihm, kriegt von mir eine 2,5. Martin Winkler, leider nur eine halbe Stunde drin, fand ich jetzt nicht mega, aber von allen Flügelspielern, die ich heute gesehen habe, fand ich ihn eigentlich noch am besten, weil er hatte echt zwei, drei gute Aktionen, schade, ich hoffe, dass die Verletzung jetzt nicht langwierig ist und dass er schnell wieder da ist, mal wieder eine Verletzung bei uns, ärgerlich erst recht, wenn es jetzt wieder eine Muskelverletzung ist, Fehl weiß auch noch nicht so ganz, was ist, hat ihn nur mit Krücken gesehen, würde von mir eine 3 bekommen, Ibo Maser war heute, ich werde jetzt nicht sagen Genie und Wahnsinn, er war Genie und ab und an unerwartete Probleme beim ersten Kontakt, habe ich heute zwei, drei Mal gesehen, wo er eigentlich einen Ball gar nicht so schwer angespielt, wird gar nicht so viel Gegnerdruck und er lässt den Ball echt weit springen, was teilweise in Gegenangriffe gemündet hat, aber tolles Tor geschossen, wirklich in der Augenweide, auch wenn er zentral einschlägt, aber auch die Ballmitnahme, immer mal wieder Sachen super initiiert, auch wenn er ja jetzt schon immer gedoppelt wird, es ist einfach ein Traum ihm zuzusehen, kann immer was initiieren, fand es war trotzdem kein Megaspiel, aber vorm Kurve, nicht nur wegen seines Tores wieder extrem aufsteigend nach den zuletzt schwächeren Spielen, wo er ja fast schon überspielt wirkte, ich glaube ihm hat es gut getan, dass er die Länderspielpause jetzt mal abgesagt hat, kriegt von mir aufgrund seines Tores und auch vielen sehr, sehr guten Aktionen eine 2,5, Derry Sheerhand, ey, er hat ein Tor gemacht, aber ich habe ihn ja sehr viel gelobt, auch in letzter Zeit, weil er ja immer viel Kritik abbekommt, aber fand ich heute wirklich überhaupt nicht gut, leider, also in seinen Eins-gegen-Eins-Duellen, in seiner Entscheidungsfindung, Laufwege, ja, wurde auch nicht immer so eingebunden, aber fand ich heute gar nicht gut und trotz Tor, es war ja am Ende auch nur ein Absteiger-Tor, würde ich ihm dann nur eine 3,5 geben, Flo Niederlechner wiederum hat mir sehr gut gefallen, klar, da fehlt dann immer mal wieder der Stürmer vorne drin in der Box, aber wie viel der sich eingebunden hat, wie viele Bälle der in die Tiefe gespielt hat, wie oft er sich den Ball abgeholt hat, dann ist er auf den Flügel gegangen, hat Bälle reingeschlagen, also ich finde Niederlechner hat, wie gesagt, mit Marthorn das beste Spiel gemacht, richtig, richtig, richtig gutes Spiel und richtig wichtig auch für unser Spiel, hat immer mal wieder auch die Verteidiger vor die Herausforderung gestellt, oh, jetzt lässt er sich wieder fallen, jetzt geht er mal wieder in den Halbraum auf den Flügel, gehe ich jetzt mit, wie übergebe ich, war ein richtig gutes Spiel von Flo Niederlechner, auch wenn er kein Tor erzielt hat und auch nicht wirklich jetzt an einem Tor beteiligt war oder nicht direkt beteiligt war, natürlich ist am Ende häufig die ganze Offensivreihe beteiligt, aber kriegt von mir ebenso wie Marthorn Dardai eine 2, Polko Dardai, wie gesagt, hatte zwei sehr, sehr gute Aktionen beim zweiten Gegentor, finde ich, ist das ein bisschen sinnbildlich, für teilweise unser Verteidigungsverhalten, hat mir generell auch beim ersten Gegentor hat er die Flanke nicht so gut verhindert und ansonsten ist er mir auch einfach zu unsichtbar, also die Flügel haben mir heute gar nicht gefallen, hat hier sogar bei Sofascore nach den Statistiken eine recht gute Bewertung, aber das hat mir heute gar nicht gefallen, ja, wie gesagt, beim zweiten Tor sieht er super aus, wie er es durchlässt, aber ansonsten zu unauffällig für so eine entscheidende Position, erst recht in so einem Spiel, kriegt von mir nur eine 4,5, Linus Gechter fand ich solide, in Ordnung, kriegt von mir eine 3,5, Lukas Schuler und Torsten Zon sind für mich zu spät eingewechselt worden, ja, jetzt bin ich schon bei 40 Minuten, ich habe so viel gesagt, was soll ich euch noch sagen, gucken wir uns die Tabelle an, es gibt immer wieder Mannschaften, die auch nicht performen, heute hat Düsseldorf zu Hause auch gegen Elversberg verloren, und Elversberg im Moment so ein bisschen wie Mannschaft der Stunde, gestern hat Paderborn gewonnen, KSC hat wieder gewonnen, es sind halt weiter nur sechs Punkte, das heißt, man träumt natürlich immer noch, wenn dann die Winterpause vorbei ist oder was passiert jetzt noch die letzten vier Pflichtspiele in der Liga, ist ja immer noch viel drin mit drei Siegen im Folgen, bist du wieder ganz oben mit dabei, es ist alles unfassbar eng beieinander, auch wenn wir noch nicht wissen, wie die Mannschaften morgen spielen, aber jetzt auch ich, der immer alles positiv für die Zukunft sieht, also so reicht es einfach nicht, da reicht es nicht mal zu unserem Ziel, was für mich ja teilweise noch zu tief gesteckt ist, also dieses nur um den Aufstieg mitspielen ist für mich zu tief gesteckt, natürlich kannst du nach den Punkten sagen, ein Sieg und du spielst ja wieder um den Aufstieg mit, aber jetzt wirklich mal ganz ehrlich, wie viele Spiele haben wir wirklich überzeugend geleistet, höchstens vielleicht noch dieses wilde Spiel in Lautern und dann noch das Spiel in Nürnberg, aber zu Hause hat mich, da war ja fast noch gegen Düsseldorf, gut, das habe ich nur auf dem Handy gesehen, aber gegen Düsseldorf, auch wenn wir da 2-0 verloren haben, fast das beste Spiel zu Hause, sehr, sehr ernüchternd und wenn du so eine Heimbilanz hast, gegen Mannschaften, wo du mehr Punkte holen musst, als Favorit mit diesem Kader, der ja auch trotz Verletzungsmisere immer noch super bestückt ist, ist das einfach nicht ausreichend für den Anspruch, den wir haben sollten, also zumindest nicht aus meiner Sicht, da sollte man sich auch nicht mit zufrieden geben und sollte auch wirklich enttäuscht sein und sollte auch wirklich sagen, das ist zu wenig, also ganz klar, da kann ich auch nichts anderes sagen, mir fällt auch ein bisschen schwer, dass es da, wir haben gut angefangen, wir haben unsere Spielidee, vielleicht dauert es auch, vielleicht dauert es auch bis zur Rückrunde noch, bis das System komplett greift und alle Spieler das verinnerlicht haben und auch teilweise dann selber individuelle Entscheidungen treffen, ist ja alles in Ordnung, ich will jetzt hier noch nichts abschreiben oder komplett den Teufel an die Wand malen, aber man muss dann auch mal der Realität ins Auge sehen und sagen, guck mal, wir sind in der zweiten Tabellenhälfte, morgen spielen sogar noch einige Mannschaften, morgen könnten wir noch auf Platz 12 sogar landen, ja, dann sind wir fast schon, ja, näher nicht punktemäßig, aber zumindest tabellarisch näher an den Abstiegsrelegationsplätzen als an Aufstiegsrelegationsplätzen und da sind einfach Magdeburg, Nürnberg, Darmstadt, Hamburg, Fortuna, Düsseldorf, Köln, Hannover, Elversberg, Karlsruhe und Paderborn vor uns und das ist einfach zu wenig plus noch ein Torverhältnis von plus minus null, kann ich nicht schönreden bei aller Liebe, ist mega enttäuschend, ist zu wenig, auch wenn wir da alles reingehauen haben und man jetzt nicht sagen kann, sie wollen es nicht mal oder wie gegen Köln, wo du so ein Spiel hattest, wo man das Gefühl hatte, die sind ja schon verängstlich auf den Platz gegangen, das Gefühl hatte ich jetzt nicht, wir hatten wieder gute Sequenzen dabei, aber mir fehlt in letzter Zeit, muss ich ganz ehrlich auch sagen, der nächste Schritt in der Entwicklung, ich weiß nicht wann der kommt, ich hoffe er kommt schnell, jetzt haben wir eine englische Woche vor uns mit Magdeburg, Köln im Pokal und Fürth, gucken wir mal in welche Richtung das geht, ja, also für meine Begriffe ist es trotz verletzten Misere zu wenig für den Kader, was er hergibt, gerade im Vergleich zu den anderen und wenn man auch sieht, was wir zu Hause rausholen, es ist, wir sind einfach eine komplette Mittelfeldmannschaft, Mittelfeld der zweiten Liga, fünf Siege, drei Unentschieden, fünf Niederlagen, ausgeglichene Tordifferenz, 22 zu 22 Tore und es ist ja nicht mal so, dass man jetzt sagen kann, oh, hatten wir heute ein Pech, kann man ja sogar fast sagen, ja, mehr Expected Goals bei den Ullmann, die ja bisher auch nicht fürs Tore schießen bekannt waren, plus noch den Lattenkopfball, enttäuschend, enttäuschend, ernüchternd, zu wenig, wir bleiben natürlich trotzdem alle Hertha-Fans und hoffen aufs Beste für die englische Woche, ich wünsche euch jetzt noch ein schönes Wochenende, es war ein sehr, sehr langes Video, aber auch, weil ich mir ein bisschen Frust von der Seele reden musste, irgendwie kann ich immer auf diese Mannschaft nicht so richtig sauer sein, wenn ich sehe, dass sie alles reinwerfen, weil ich die Spieler auch alle so sympathisch finde und wir auch so viele Talente haben, aber ich bleibe dabei, auch wenn es manche anders sehen, ich überschätze den Kader nicht, wir haben viel individuelle Qualität und dafür kommt dabei zu wenig bei herum und da müssen sich dann halt alle hinterfragen, woran liegt es und warum kriegt man das nicht abgeschaltet oder warum schaltet man ab, so rum ist es vielleicht besser, wenn man 1-0 in Führung geht. Gerne eure Meinung in die Kommentare zu diesem sehr, sehr langen Video, Montag gibt es ausnahmsweise mal keinen Montags-Stream, den wird es dafür ersatzweise Dienstag geben, Mittwoch gibt es dann einen Talk mit Flo, Donnerstag mit Benni wieder, können wir auch ausführlich aus seiner Sicht mal darüber sprechen, ja, in diesem Sinne ein schönes Restwochenende euch noch, genießt es trotzdem mit eurer Familie am besten oder mit euren Liebsten, hao he, danke fürs Einschalten und bis bald, ciao, ciao.